Ja, heute kleine Reportage von Barranco Ayagores. Hier können Sie sehen, der Palmitos Park von oben, sehr bekannt, wo die meisten Touristen hinkommen. Das ist der Palmitos Park mit den zwei Becken, mit den Delfinen, wo ich eigentlich nicht so gern sehe, aber die fühlen sich eigentlich so wohl da. Und es ist so richtige touristische Anlage, so wie der Loro Park in Teneriffa. Sehr schön hier die Barranco. Dahinten sind die zwei Stausee. Die kann man jetzt nicht sehen, die sind ein bisschen weiter. Ja, und die sind gerade hier am Trainieren mit den Delfinen. Ich mache mal den Zoom, vielleicht kann man... Ah, die springen jetzt, ja. Ich sitze gern hier, schau runter mit dem Fernglas. Ah, jetzt sind sie wieder gesprungen. Wieder. Double der Salto. Nein, einfacher. Ja, sehr schön. Das sind oben die Tribünen, wo die Touristen sitzen. Da wären Mitte Vogel, Adler und so weiter fliegen aus. Schmetterlinge. Das ist das Haus der Schmetterlinge. Und was noch alles da gibt. Vielleicht kann man die noch mal sehen. Da ist der Trainer da unten. Ah, da sind sie an der Seite. Da sind sie jetzt und gucken raus. Hoppla. Schön. So, da werde ich mich verabschieden wieder. Und einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.